Untertitelung des ZDF, 2020 Die Fleischsalat ist ein sehr guter Salat mit Fleisch. Aber das ist nicht möglich, das ist Fleisch oder Salat. Das ist Fleisch und Salat. Das ist seltsam, gute Appetit, Liebchen. Die Fleischsalat ist ein sehr guter Salat. Maria. Maria hat zu viele Fragen gefragt. Und genau jetzt, Maria ist in der Fleischsalat. Nein, ist der Fleischsalat warum ein Kindersalat? Ja natürlich, wir machen mit der unartige Kinder in der Wurstgrinder. Mati, ich will nicht in der Fleischsalat gehen. Kommst du hier, Liebchen? Nein, ich will nicht. Ich gehe nach die Schwarzwald. Nein, ich will nicht. Es wird kein Fleischsalat für morgen. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Vielen Dank.